Servus Leute, ich bin Elias, Jasper Jauch und wir sind in Winterberg beim Dirtmasters Festival und jetzt gibt es ein Kurspreview mit dem Jauch Diaries Let's go! Angeschnallt? Put the Flock Belts on Let's go! Neuer Start haben wir jetzt Neuer Start Genau, jetzt geht es da runter, ziemlich blind eigentlich Jo! Jo! Alter, loose! Juhu! Der Jasper gibt Gas, hinterall wackelt schon ziemlich Wow! Der Hund geht aus Die Kurve ist dieses Jahr nicht mehr so groß Jetzt geht es in den Wald rein und Double Jetzt sind wir durch Inside, da ist es ziemlich wurzig Wow! 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 Jetzt in Steinfeld und drüber Jetzt geht es 1000 Fuck! Falsch No! Wow! 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 So! Jetzt sind wir wieder da und Steinfeld So! Jetzt geht es wieder in den Wald rein und durchziehen Da scheppert es Jo! Wow! Haha! Wow! Da Jasper gibt Gas Andere Linie Wow! Jawohl! Die Frage war es schneller So! Letzter Part Da gehen wir Au Zeit Andere Linie So! Doppelt Und In die Tilline Joho! Ja! Jaaa! Geil, Alter! Wie loose, Mann! Fuck! Leute, das war's zum Kurzreview damals das Festival. Mega lässige Strecke, mega gaudi, mega staubig, man sieht gar nichts. Genau, morgen nicht quali, übermorgen nicht rennen und viel Spaß. Wir sehen uns nochmal beim Video. Viel Spaß! Servus, folgst dem Jasper auf Instagram. Ja, Jasper! Bis später, ciao!